Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von unserer Blender Tutorial Reihe. Heute geht es um die Anwendung von unseren Texturen, die wir jetzt kennengelernt haben. Ich habe mir einen kleinen Baumstamm modelliert. Das ist ein einfacher Zylinder, den ich mit STRG-R ein paar Loop Cuts verpasst habe und dann ein bisschen mit dem Proportional Editing Tool verändert habe. Das bedeutet, dass ich mit angeschaltenem Proportional Editing einen gewissen Bereich, den ich mit dem Scrollrad verändern kann, ziehe. Ich ziehe ihn einfach mit G und mit dem Scrollrad kann ich dann den Einfluss einstellen, den mein G in dem Fall haben soll. Das ist der Bereich hier oben. Nachdem ich meinen Baumstamm fertig habe, habe ich einen Sieben gesetzt hier nach unten, dass ich ihn ausklappen kann. Er ist ansonsten hohl. Und mit LU unwrap habe ich ihn dann angewrappt. Wir gehen kurz ins UV-Editing, markieren ihn und schauen wie er aussieht. Das finde ich in Ordnung. Ich werde ihn mir noch auf die 90 Grad und dann Minus skalieren, damit er aufrecht steht. So, fertig. Jetzt möchte ich dem ein Material geben. Damit mein Baumstamm ein schönes Material haben kann, sollte ich ihn als erstes Shade Smooth machen, denn damit habe ich einfach viel glattere Oberflächen. Rechtsklick, Shade Smooth in Object Mode. Das verändert nicht die Geometrie, sondern glättet einfach nur im Viewport unsere Oberfläche. Ich habe hier noch Lichter hinzugefügt. Damit möchte ich später einfach nur etwas zeigen, was die Schatten angeht. Die sind an sich nicht zu gebrauchen für irgendwelche Exports. Die sind wirklich nur zum zeigen. Ihr könnt die auch herstellen für euch selber mit Shift A, Light Point. Wenn ihr auf so einem Lichtern seid, könnt ihr hier bei der Glühbirne einfach die Wattzahl einstellen und die Farbe, die ihr möchtet. Als nächstes möchten wir uns unsere Materialien in unseren Shading Tab ziehen. Die Materialien habe ich heruntergeladen. Die befinden sich in diesem Ordner hier. In unseren Shading Tab unten können wir die einfach reinziehen. Als erstes sollten wir allerdings ein Material erstellen. Ich habe hier schon eins, das löschen wir weg und erstellen ein neues. Wir nennen das Baumstamm. Wir haben unseren normalen Principle BSDF Shader sowie einen Material Output. Das können wir genauso lassen und ziehen nun unsere Texturen, die wir benötigen, rein. Das hier ist eine AO Map Ambient Occlusion, die benötigen wir in Blender nicht, denn dort wird unsere Render Engine selber die Schatten erstellen. Wir benötigen die Bump Map, eine Diffuse Map für die Farbe, die Displacement Map lassen wir aus, die Normal Map, eine Roughness Map und eine Specular Map. Und damit sind wir auch schon bereit loszulegen. Als erstes stellen wir nun von jeden einzelnen von unseren Texturen den Wert auf None Color, denn die einzige, die wir nicht anfassen damit, ist unsere Diffuse Map. Diffuse ist das gleiche wie eine Albedo Map oder eine Base Color. Es ist eine reine Farbinformation. Die können wir bereits auf Base Color verbinden. Gehen wir in den Textured Mode, sehen wir bereits, dass wir hier eine schöne Farbe angezeigt bekommen. Hier lassen wir es auf sRGB und mit dem kleinen Pfeil können wir es kleiner machen. Als nächstes möchten wir die Roughness Map verbinden. Die stellen wir auf None Color und ziehen die auf unseren Roughness Wert und kleine machen. Nun haben wir noch einen Specular Wert, also unsere Spiegelung. Den setzen wir hier auf Specular, None Color und kleine machen. Als nächstes wird es etwas komplizierter. Wir haben eine Normal Map und eine Bump Map. Eine Normal Map können wir auch ohne Bump Map verwenden. Dazu müssen wir nur ein Add Vector Normal Map einlegen, denn wie wir die Farben schon hier anzeigen, Color muss auf Color und Normal muss auf Normal. Die auch auf None Color stellen. Wir sehen jetzt hier schon einen erheblichen Unterschied. Wenn wir die nochmal kurz abdocken, dann haben wir hier zwar eine schöne Oberfläche, aber durch die Normal Map bekommt das Ganze noch eine richtige Tiefe und die Schatten an der Seite werden sehr viel klarer und tiefer. Nun brauchen wir noch die Bump Map. Die Bump Map müssen wir mit einem Add Vector Bump versehen. Die Bump Map hat einen eigenen Normal. Das heißt, wir können hier unseren Normal Wert hier einfüllen und deren Normal Wert hier. Das heißt, die Bump Map benötigt eine Höhe und eine Normal Map. Hier ist die Höhe. Die Höhe nehmen wir uns direkt von unserer Bump Map. Jetzt wird das Ganze ein bisschen sehr grieselig. Das liegt daran, dass die standardmäßige Stärke davon sehr stark ist. Also gehen wir mit ihr ein bisschen runter. Ungefähr so, dass es eine gute Mischung zwischen dieser Crispiness und der Verwaschung hier ist. Also einen schönen Mittelpunkt finden. Ungefähr hier denke ich, ist es gut. Dann haben wir eigentlich schon das Schlimmste geschafft. Wir können die auch wieder einklappen und ziehen die anderen dahin. Denn was uns auffällt ist, die ist immer noch sehr groß, die Textur. Die hätte ich gerne ein bisschen kleiner, also ein bisschen kleiner gescaled. Wir können natürlich im UV-Editing Tab unsere Textur einfach, da sie ja seamless ist, einfach größer ziehen, indem ich alles markiere und den Bereich hier größer mache. Somit wäre es hier auch kleiner. Aber das ist eine etwas unsaubere Methode und das möchten wir nicht. Dafür haben wir unseren Shading Tab. Hier fügen wir nun einen Vektor Mapping ein und der gibt uns einfach noch die Möglichkeit, diese ganzen Texturen um einen Vektor zu vergrößern, zu verkleinen oder zu drehen. In dem Falle möchten wir den Scale. Die Vektoren können wir mehrfach verbinden auf alle Maps und den Vektor hier zum Beispiel auf zwei stellen. Z macht nichts in dem Falle, denn wir haben ja bloß eine UV-Map, also eine zweidimensionale Map, also können wir nur die x- und die y-Achse skalieren. Wir sehen, dass hier jetzt absolut nichts mehr angezeigt wird, denn er weiß jetzt überhaupt nicht, woher die Information eigentlich kam, die die Karten vorher hatten und das war von der UV-Map. Also müssen wir noch ein Add und dann die UV-Map hinzufügen. Und das Ganze ist ein Input UV-Map. Die UV-Map ziehen wir auf den Vektor, denn das ist unser Ursprungswert, den wir haben möchten. Und hier können wir noch die UV-Map auswählen. Jetzt sind wir soweit eigentlich fertig. Unser Baum sieht wirklich extrem gut aus, sehr schön scharf, sehr tolle Textur und auch die Äste da drin sehen realistisch aus. Das ist sehr gut. Jetzt befinden wir uns im Look-Dev-Mode. Das bedeutet, wir haben aktuell kein Ambient Occlusion, also sollten wir definitiv in unseren Render wechseln. Dazu gehen wir in den Fullscreen, gehen ein Stück raus, schnappen uns eine von diesen Lampen und gehen dann in den Rendered Viewport, rechts oben. Wie wir nun sehen, ist dieser Stamm nicht nur sehr scharf, sondern er wird ab sofort auch noch auf Lichtquellen reagieren. Das bedeutet, auch die Schatten verändern sich innerhalb von dieser Rinde nach oben und nach unten. Wenn wir näher hingehen, sehen wir es noch ein bisschen besser, wie die Lichter einen direkten Einfluss drauf haben. Bалоi ein bisschen besser. Untertitelung des ZDF, 2020